Wenn Sie in Audacity eine Aufnahme machen möchten, müssen Sie zuerst die Überwachung starten, damit Sie das Eingangssignal auspickeln können. Dazu klicken Sie mit der Maus auf das Mikrofonsymbol neben dem VU-Meter und klicken dann auf Überwachung starten oder aber auch direkt in das VU-Meter. Sonst könnte es sein, dass Ihre Aufnahme viel zu leise oder aber viel zu laut ist.